Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast, Folge 81, heute mit einer sehr persönlichen Folge. Ich werde von Dingen erzählen, die ich sonst eher so im sehr privaten Rahmen mal mit anderen bespreche. Es geht um grosse Herausforderungen, um schwierige Probleme in meinem Leben und es ist mir doch sehr wichtig, der Grund warum ich diese Folge aufnehme, ist, dass ich einfach sehr authentisch hier zeigen möchte, wer ich bin und wo ich stehe und was Leben so für mich bedeutet, gerade weil ich ja eine Art Vorbild für sehr viele Menschen bin und es mir deshalb ganz wichtig ist, nicht ein Bild zu vermitteln, in dem man dann glauben könnte, dass in meinem Leben einfach immer alles top ist und ich surfe die Welle immer ganz oben und ich schlucke nie Wasser oder so. Weil es ja bei all dem, was wir hier tun und damit meine ich Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbegegnung, der Weg in die Liebe, Ankommen im Augenblick und bei sich selbst geht es nicht darum, dass wir keine Herausforderungen mehr hätten, dass alles einfach nur noch top ist und super cool, jeden Tag nur gute Laune und heiter Sonnenschein, sondern worum es geht, ist, wie können wir mit den Schattenseiten des Lebens umgehen und was tun wir, wenn wir in ganz schwierige Situationen kommen und mit ganz schwierigen Emotionen in Kontakt sind. Wenn du schon länger fang an zu leben, Podcast-Hörerin bist, dann hast du vielleicht die Folge gehört, als ich über den Verlust meines Augenlichts gesprochen habe, vor circa drei Jahren. Ich war da sehr aufgelöst, weil die Erblindung fortgeschritten ist und es einfach immer mehr absehbar wurde, dass ich so weit erblinde, dass ich mein Leben nicht mehr ohne Hilfe managen kann. Und das hat mich wahnsinnig mitgenommen, tut es bis heute, immer wieder. Es ist eine Geschichte von großen Up und Downs, die ich damit erlebe. Vielleicht, um da einfach einen guten Rundumschlag zu machen beim Erzählen, fange ich doch ganz vorne an. Das war vor inzwischen über zehn Jahren hat das angefangen. An einem wunderschönen Sommerabend bin ich draußen gesessen. Ich glaube, das war August, ja, auf der Dachterrasse in Zürich. Unsere Wohnung hatte eine Dachterrasse. Ich hatte mich da eingerichtet, habe auch auf dieser Dachterrasse geschlafen und bin dann abends nochmal einfach ein bisschen da gesessen und habe in den Abendhimmel geguckt. Und dann ist ein Moment von ganz tiefer Verbundenheit gekommen, wo ich gemerkt habe, etwas ist tiefer offen als normal, also sehr, sehr viel tiefer offen. Und in dieser Öffnung habe ich auch eine Präsenz gespürt, die da war, eine mir bekannte Präsenz. Ich werde seit ich ein kleines Kind bin begleitet von so Wesen in energetischer Form, die immer wieder da sind. Und da war der Kanal einfach ganz, ganz weit offen. Ich hatte den Impuls, mich diesem Wesen auch in meinem Schmerz zu zeigen und mir etwas zu wünschen. Und interessanterweise ist dabei herausgekommen, dass ich mir gewünscht habe, dass ich ohne Brillen und Kontaktlinsen gut sehen würde. Ich glaube, es ging vor allem einfach um das ganz tiefe Bedürfnis nach Heilung. Seit ich ein kleines Kind war, hat es mir so viel bedeutet, Heilung zu verstehen, also körperliche Heilung. Und ich wollte Heilung erleben. Und da kam ganz tief aus meinem Wesen, aus meiner Seele heraus dieser Wunsch, ich möchte ohne Brille und Kontaktlinsen gut sehen. Und ich konnte spüren, dass dieser Wunsch angekommen ist. Also meine Bitte wurde erhört sozusagen. Ich konnte richtig spüren, wie die Energie von diesem Wunsch durch diese Öffnung halt in diesen Space hineingeflossen ist, der da offen war. Und danach habe ich mich schlafen gelegt auf der Dachterrasse, hatte ich da meine Matratze oben, ganz normal eingeschlafen, morgens aufgewacht, mache die Augen auf und stelle fest, dass ich teilerblindet bin. Auf dem rechten Auge, grosser Fleck, einfach weg. Wie wenn du zu lange in die Sonne guckst. Und dann entstehen so blinde Flecken. Aber die vergehen ja dann wieder, wenn du in die Sonne geguckt hast. Meiner ist nicht mehr vergangen. Ja, der war da. Dann bin ich natürlich erster Schritt zu Augenärzten und so weiter. Die waren mehr oder weniger ein bisschen ratlos, weil es halt so ein atypisches Symptom war. Ja, die haben gemerkt, okay, ich habe hohen Augendruck. Und haben dann einfach gesagt, ja, das ist grüner Star, obwohl die Symptome nicht richtig dazu passen. Aber wir müssen jetzt medizinisch nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall war das so der Anfang von einem jahrelangen Weg. Dann halt auf medizinischer Ebene, wobei das einfach immer so weitergegangen ist, dass mir niemand helfen konnte. Ich bin dann auch so zu den grossen Ikonen der Augenärzte gegangen und so. Und auch die wussten nicht so recht und ab und zu hin und her, ja, weiß nicht, ist das überhaupt in den Augen oder ist vielleicht was im Hirn. Und dann musste ich wieder da hin und dort hin. Schlussendlich, niemand wusste so recht. Und was sie dann halt einfach gemacht haben, dass sie den Augendruck, der ja tatsächlich einfach immer ein bisschen zu hoch war oder manchmal auch sehr viel zu hoch. Wobei mir scheint, der wurde eigentlich immer höher mit diesem ganzen Stress, den ich da hatte. Auch durch die Ärzte, sorry an alle Ärzte, aber das war halt einfach so verursacht. Und mit dieser sehr unsensiblen Umgangsform und dem komischen Weltbild halt, also ich empfinde das als sehr komisch, wenn man auch Krankheiten und so einfach anguckt, als etwas, was nicht da sein dürfte. Und irgendwie muss man das unbedingt wegkriegen und es wird gar nicht bedacht oder gesehen, was vielleicht da sonst noch für Prozesse dahinter sind. Naja, ich bin da durch und habe da immer weitergemacht, auch medizinisch. Und es hat aber gar nichts gebracht, also mein Augenlicht ist in relativ regelmäßigen Abständen ist das immer wieder passiert. Ich habe so Augeninfarkte bekommen, alles hat nur noch geflimmert und so. Und wenn das Flimmern und alles weg war, hat wieder ein weiteres Stück in meinem Sichtfeld gefehlt. Und mein Sichtfeld hat Schweizer Käsecharakter halt immer mehr bekommen. Und dann da wieder was weg und dort wieder was weg. Und ja, das war der Horror. Ich meine, sicher auch gerade für mich mit meiner Persönlichkeit, wo es mir sehr wichtig ist, dass ich stark sein kann für andere. Ich bin gerne das stärkste Glied in der Kette. Ich mag es einfach selbst so gut in meiner Kraft zu sein, dass ich auch einfach Raum für alle Menschen um mich herum bieten kann. Dass ich Ruhe ausstrahle, dass ich Sicherheit geben kann, dass ich mithelfen kann. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Schönes und doch sehr Essentielles auch in meinem Leben. Meine ganze Persönlichkeit ist schon ziemlich auf dem aufgebaut, dass ich da sein kann für andere Menschen. Und dann war ich und bin ich nach wie vor einfach mit dem konfrontiert, dass sich da vielleicht ganz grundlegend etwas ändern könnte. Und dass ich abhängig werde von der Unterstützung von anderen Menschen, dass es mir nicht mehr gut geht. Dass ich den Alltag nicht mehr bewältigen kann, weil ich nicht mehr sehe und einfach den Rest meines Lebens Hilfe brauche für ganz normalen Alltagskram halt. Und ja, es ist immer eine Sache, wenn man das so hört und nicht so direkt betroffen ist, kann man sich ja denken, naja, so schlimm ist doch auch nicht und so. Ja, aber direkt da drin zu stecken halt, ist schon eine sehr intensive Sache. Und ich bin durch richtig wilde Prozesse gegangen und das ist bis heute noch so. Jetzt ist ja das eine sehr spezielle Situation, weil das Ganze angefangen hat mit dieser tiefen Öffnung und meinem Wunsch nach Heilung. Und die erste Reaktion auf diesen Wunsch nach Heilung war die erste Teil der Blindung. Und zwar direkt danach, ja. Abends diesen magischen Moment gehabt, die Energie vom Wunsch ist raus. Nachts erste Teil der Blindung. Das ist schwierig, da zu sagen, das wäre ein Zufall, ja. Das gehört zusammen. Also habe ich jedes Mal, wenn ich durch diese ganz schwierigen Emotionen gegangen bin, das einfach akzeptiert, dass die da sind, habe mich davon durchrollen lassen. Das fühlt sich halt jedes Mal an, wie von einer Dampfwalze oder so überrollt zu werden, ja. Das sind so krasse Emotionen. Vielleicht kennst du Emotionen in dieser Intensität, dann wirst du wissen, wovon ich spreche. Und wenn du das nicht kennst, das ist dann wirklich so, dass so eine Emotion einem vollständig lahmlegt und einnehmen kann. Und das wird unter Umständen oder kann so stark werden, dass man sich einfach wünscht, nicht mehr hier zu sein. Nicht eine Todesehnsucht in diesem Sinne oder dass man suizidiv wäre oder so, sondern einfach, dass man lieber nicht mehr existent wäre in diesem Moment, als diese krasse Emotion auszuhalten. Das Schöne ist halt dann, dass man durch diese Erfahrungen gehen kann und jedes Mal merkt, okay, das war jetzt wirklich voll krass, unaushaltbar. Ich weiss nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Und so kommt man halt mit den tiefsten Intensitäten von Leben, von Energie und Emotion, Emotion ist Energie schlussendlich, ja, auch einfach in Kontakt und merkt immer mehr, ach so, ich kann das aushalten. Und so bin ich von Phasen, also eine nach der anderen durch diese Phasen gegangen und ja, ich habe vor allem das gelernt. Ich habe immer wieder gemerkt, okay, ich kann da durch und ich glaube, das macht es heute auch so sehr aus, dass ich diese Begleitung so kompetent anbieten kann, wie ich es tue. Und die Magie, die da entsteht in der Begleitung, die ich mache, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich halt wirklich mich vor nichts verschliessen muss bei den Menschen, die ich begleite. Weil ich kenne die absolut krasseste Intensität, auch im Negativen von Energie, von Emotion und ich weiss, ich muss mich davor nicht fürchten, auch wenn es schlimm ist, das zu durchleben, wenn es da ist, gibt es nur einen Weg, es zu durchleben. Jetzt, wenn ich rückblickend natürlich davon erzähle, dann ist immer schon dieser Aspekt von Stärke da drin, ja, und dann klingt das vielleicht auch so, als wäre ich dann in diesen Momenten immer auch schon in dieser Stärke drin gewesen, wie ich es jetzt erzähle. Aber das ist natürlich nicht so. In den Momenten, wo diese Energie, diese Emotion zu hoch kommt und ein ganz schlimmster Zustand innerlich entsteht, ist man nicht in dieser Stärke, wo man so sagen kann, ah ja, da ist jetzt diese Energie, diese Emotion, ja gut, dann lasse ich jetzt nicht mal fließen oder so. Sondern das ist absolut der Ausnahmezustand, ja. Und einfach auch völlige Überforderung in dem Moment. Und man weiss eigentlich nicht mehr, was man jetzt tun sollte. Ich weiss nicht mehr, was ich tun soll. Das war in all diesen Phasen auch immer wieder so das vordergründige Gefühl oder halt die Gedanken, die ich dazu hatte. Ich weiss nicht mehr, was ich machen soll, ja. Aber wirklich halt, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Es war so schlimm. Und da in diesen Phasen habe ich immer wieder halt die krassesten Wachstumsphasen auch erlebt. Und jedes Mal, wenn das wieder passiert ist, das heisst, meine Erblindung wieder fortgeschritten war und das war halt immer so einmal im Jahr oder nach zwei Jahren wieder so ist das wieder passiert und wieder sind weitere Flecken dazugekommen. Und das heisst, zwischendurch hatte ich halt auch immer wieder gehofft, es passiert nicht wieder und habe mich wieder beruhigt und habe mich wieder ein bisschen distanzieren können von diesen ganzen Ängsten auch, dass es passiert. Und dann ist es wieder passiert und dann ist erneut derselbe Graben halt wieder aufgegangen und ich bin wieder ins selbe Loch reingefallen und bin wieder durch diese Emotionen durchgegangen. Und da ist es mir aufgefallen, immer im Nachhinein natürlich, weil wie gesagt, im Moment, wo man sowas durchlebt, ist es nur noch Ausnahmezustand. Man hat keinen Überblick mehr, nichts mehr, es ist einfach nur noch schlimm und nichts anderes als schlimm. Und dann, wenn es durchstanden ist, dann kann man anfangen, das Ganze auch so ein bisschen objektiver zu betrachten und da habe ich jedes Mal gemerkt, ah, ich bin ja mega gewachsen, ich konnte ja diesmal schon wieder ganz anders damit umgehen. Und der eine Teil hat demnach darin bestanden, dass ich einfach immer mehr gelernt habe, die massive, unvorstellbar massive Wucht von diesen Energien und Emotionen einfach durchrollen zu lassen und zu akzeptieren, dass sie da sind, ohne mich extrem dagegen zu stemmen. Der andere Teil, das sind wie zwei Wege oder sind das bis heute, ich stecke ja da noch drin, ja. Der andere Weg ist der, dass ich gucke und wie kann ich da heilen. Und jetzt so die ersten acht, neun Jahre habe ich zero, null, messbaren Erfolg im Aussen erlebt, mit Heilen von diesen Erblendungen. Die Allgemeinmedizin sagt, abgestorbene Sehnerven können sich nicht mehr erholen. Aber, dass die Allgemeinmedizin das sagt, ja klar tut es etwas mit mir, aber ich habe einfach immer gespürt, es stimmt nicht. Ich habe ein sehr, sehr klares Gefühl gespürt dafür, was stimmt und was nicht. Und ich wusste einfach von Anfang an immer wieder, das stimmt nicht. Auch Sehnerven können regenerieren. Aber die große Frage war, wie, was hängt denn damit zusammen? Und ich habe enorm viel investiert da. Ich habe die emotionalen Prozesse dazu halt auch wirklich aktiv gesucht. Das heisst auch in Zeiten, wo das Augenleiden nicht so präsent war, habe ich trotzdem immer an diesen Themen, emotionalen Themen weitergearbeitet. Habe viel rumprobiert, halt über diese ganze Zeit hinweg, wie könnte körperliche Heilung passieren. Bin dann aber vor allem auf die emotionale Heilung und energetische, also energetisch, da meine ich jetzt nicht etwas, was wir noch nicht kennen, sondern mit energetisch meine ich halt so die psychische Energie, die ja auch einfach schlussendlich Emotionen sind, ja. Die emotionale Heilung, habe ich immer mehr verstanden, wie die passiert. Und die körperliche Heilung so ganz, ganz langsam. Dann bin ich dann, nach einigen Jahren war ich mal so weit, dass ich zum Beispiel Entzündungen voll krass gut behandeln konnte, bei mir oder bei anderen Menschen mit messbarem, offensichtlichen Erfolg. Also wenn eine Entzündung da war, dann konnte ich entsprechend energetisch mich damit verbinden und das beruhigen, weil es die Entzündung verschwunden. Oder bei anderen eher kleineren Leiden, halt körperlichen Leiden, konnte ich da sehr gut intervenieren. Oder, ja nein, das ist ein falsches Wort dafür, sehr gut behandeln, energetisch behandeln und die körperlichen Leiden aufheben. Aber bei massiveren körperlichen Problemen, habe ich festgestellt, dass da hängt viel, viel mehr zusammen. Und je länger, dass ich da dran war, umso mehr habe ich angefangen, mich zu fragen, ob das wirklich so funktionieren kann, wie in diesen Jesus-Geschichten und so, dass man da einfach daherkommt und dann macht es Pling und Katsching und das Leiden ist weg und so, egal wie tief es war. Ich habe ein eher anderes Bild davon bekommen. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe und je mehr ich gemerkt habe, wie viele Jahre ich mit meinen Augen schon dran bin. Und ich habe mich Schicht um Schicht immer weiter gearbeitet und habe immer wieder gemerkt, ah, jetzt habe ich wieder eine sehr relevante Ebene praktisch so gelöst, die mit meinem Augenleiden zusammenhängt. Und trotzdem hat sich am Augenleiden nichts verändert. Bis vor noch nicht ganz einem Jahr oder vielleicht ein Jahr ist es her, da hatte ich den ersten physisch messbaren Erfolg, wo eigentlich, es war schon fast random, ja. Es war wie einfach noch das letzte Bindeglied, was gefehlt hat. Das hatte ich dann nachts gelöst. Ich bin nachts oft in so bewussten Zuständen, obwohl ich schlafe. Und in diesen bewussten Zuständen kann ich energetisch sehr gut arbeiten. Und dann kamen so Erinnerungen aus meiner Kindheit, so ganz bestimmte Szenen. Und ja, ich denke, es ging so um die Angst zurückgelassen zu werden und um die Angst vor Gewalt, die sehr berechtigt war in meiner Kindheit. Ich habe Gewalt erlebt. Und dann konnte ich das irgendwie loslassen. Und dann hat es in diesem wach, in diesem bewussten Schlafzustand, hat es wie eine Licht, nicht eine Explosion, aber eine Lichtausdehnung gegeben. Und ich habe gemerkt, also ich habe gesehen, das ist in meinen Augen. Und es hat diese Lichtausdehnung gegeben, so Buff. Wahnsinn. Das war so hell und so stark, dass ich sofort drüber gewechselt habe in den Wachzustand und die Augen aufgemacht habe und geguckt habe, bin ich geheilt, ja. Und es war dann einfach ein kleines Stückchen, ein Fleck, der erblindet war, war wieder intakt. Das heisst, die Sehnerven haben sich da wieder belebt. Die sind wieder belebt und die haben da wieder funktioniert. Dann bin ich ausgegangen davon, dass ich jetzt so den Wendepunkt erreicht hatte. Weil all die Jahre zuvor wurde ja die Erblindung immer mehr. Und dann bin ich davon ausgegangen, so ab jetzt ist die Kurve geschafft und jetzt ist wohl Heilung angesagt. Und ich war mir so sicher darüber, dass mich dann der nächste Schlag wahnsinnig getroffen hat. In einer enorm gestressten Phase, und da sprechen wir jetzt von sehr junger Vergangenheit, also enorm gestresst, bedeutet einfach, auch ich habe in meinem Leben Phasen, da ist trotz all der Arbeit und so einfach immer zu wenig Geld da, weil halt noch tausende von Euro Rechnungen und alles die ganze Zeit reinkommen. Wenn du nicht in der Schweiz lebst, würde es dich wahrscheinlich umhauen, wenn du die Lebenskosten hier erleben würdest. Dann müssen mal noch alle zum Zahnarzt und dann kommt noch eine hohe Autoreparatur und noch ein bisschen dies und das und als selbstständig Erwerbender werden einem sowieso x-tausende von Euros jedes Jahr einfach weggeschränzt, was eigentlich völlig unfair ist. Einfach von den Größenordnungen her, wie viel man verdient und wie viel einem da abgezogen wird. Auf jeden Fall, ich war so in diesem Hamsterrad-Modus halt und ich wusste es, ja, ich bin sehr bewusst, ich sehe mich schon auch immer objektiv, wo ich stehe und alles, aber ich konnte nichts dagegen tun und ich war halt in diesem Modus, wo ich mich auch einfach hingeben musste und sagen musste, okay, ich bin in dieser enorm stressigen Phase, ich weiß, ich möchte ruhig werden können, mich da rausnehmen können, einfach mein erfülltes und gechilltes Leben leben können, praktisch so, wie ich in mir bin, nämlich völlig ruhig und glücklich und verbunden an alles, das auch einfach im Außenleben können, aber ich kann es im Moment nicht. Ich muss husteln, jeden Tag halt meistens sieben Tage die Woche arbeiten, vorwärts machen, weitermachen, nicht aufhören, weil wie jeder Tag off oder halt jede Zeit, die ich mir dann trotzdem einfach mal genommen habe, um so ein bisschen Ruhe zu haben und so sich dann sofort wieder enorm auf die Finanzen ausgewirkt hat. Und das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie so schlimm und ja, wie unfair und alles, was ich da so erwähnt hatte, wie viel Geld da alles weggeht und so. Aber mir war natürlich schon immer klar, in welchen Prozessen ich mich da befinde und deshalb habe ich auch einfach die Surrender-Strategie halt genommen. Ich habe mich hingegeben, dem ergeben, was passiert und ich wusste, okay, ich bin einfach in diesen Prozessen jetzt drin und das ist ja kein Zufall, dass dann in einem Jahr, weißt du, ich bin manche Monate einfach so mit 12.000 Euro Rechnungen einzahlen gegangen und so, das war völlig bekloppt. Ich konnte auch das sehen, wo ich einfach gemerkt habe, hey, das kann ja nicht sein. Das ist irgendwie, das ist so krass, es ist völlig offensichtlich, dass das einfach die Geschichte ist, die das Leben für mich gerade schreibt und ich wusste, ich muss nicht denken, dass etwas nicht gut ist, sondern dass es jetzt einfach die Situation, die ich durchleben muss und trotzdem war es natürlich ein Riesendruck in mir und ich habe mich auch immer extrem verantwortlich gefühlt für alle, wenn Finanzen knapp sind, dann liegt es an mir, die reinzubringen und so weiter und ich bin nur noch gerannt, 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 gerannt und nochmal gerannt und dann gab es ein kleines, kleines Tröpfchen noch, etwas, was mich emotional einfach sehr getroffen hat, etwas sehr Trauriges, was passiert ist, eigentlich eine Kleinigkeit, aber trotzdem war es die Kleinigkeit, die dann das Ganze zum Überlaufen gebracht hat und an dem Tag, als das passiert war, es war so mangelnde Wertschätzung für meine Arbeit von einer Einzelperson, obwohl, wenn ich das wieder in Relationen setze, ich habe so viele mega dankbare Nachrichten, die mich erreichen und alles und eine einzelne Person hatte ihre eigenen Probleme einfach auf mich projiziert und mir etwas Undankbares geschrieben und das hat gereicht, das hat gereicht und es kam der nächste Sichtfeldausfall, es ging weiter mit der Erblindung, wo ich mir so sicher war, das passiert nicht mehr, jetzt nachhinein weiss ich, das war mein Konzept aus dem Kopf, was ich mir halt so zurechtgelegt hatte, um gut umzugehen mit der Situation, es war nie irgendwie so die Kraft des Lebens oder meine spirituellen Begleiter da, die mir gesagt hatten, hey, ab jetzt wirst du nur noch heilen, das war einfach meine Idee, die ich halt so hatte, weil ich dachte, ja gut, jetzt habe ich zum ersten Mal Heilung erlebt, dann wird das ab jetzt so die Melodie sein, die spielt und das andere mit der Degeneration ist vorbei und offensichtlich war es das nicht und es hat mich empfindlich getroffen, und es hat mich völlig ausgenockt, also richtig lahmgelegt, in diesen Phasen, wenn ich dann wirklich so am Boden bin, dann komme ich nicht raus, jetzt zum Beispiel in dem Podcast oder Instagram und sage, ich bin völlig am Boden, ich meine, warum, was würde es dir helfen oder mir helfen? Ich habe das schon gemacht, ich habe ja das schon gemacht, genau, auch das ist Erfahrung, ich habe das auch schon gemacht, habe so eine Folge aufgenommen, als ich völlig am Boden war und was ich da gemerkt habe, ist, dass die Reaktion mir nicht wirklich geholfen hat, weil so das ganze Mitleid und die 100 Millionen Vorschläge, was ich tun sollte, die alle wirklich gut gemeint waren und ich erkenne schon so die schöne Absicht dahinter, aber das alles hat erstens für mich die Situation nur schwieriger gemacht und zweitens habe ich auch einen echten Eindruck, dass die Leute, denen ich so vom Boden, vom Fass aus einfach mal kurz gezeigt hatte, wo ich da stecke, auch nicht wirklich davon profitiert haben. Diesmal habe ich diese Phase, wo ich ganz am Boden war, einfach ganz für mich durchgearbeitet. Ich habe mit Selina drüber gesprochen, mit den Kids natürlich, die mussten ja auch wissen, was mit mir los ist, ja, wenn ich dann nur noch so da liege und an die Decke starr. Während ich da gelegen bin und an die Decke gestarrt habe, habe ich in mir die Energieflüsse einfach durchfließen lassen. Ich bin immer noch in dieser Ausklingenphase, tatsächlich, hatte er gesagt, das ist eine sehr, sehr junge Geschichte. Lasse das alles so durchfließen. Die Hoffnung war halt komplett gebrochen und das ist jetzt ein sehr schöner Punkt auch für diese Podcast-Folge, den ich gerne weitergeben möchte. Als die nächste Teil-Erblindung kam, ist meine Hoffnung erloschen auf Heilung. Und jetzt, wo ich die ganzen Gefühle, die dann natürlich dazu kamen, dieser immense Verlust von positiver Zukunftserwartung, als ich die mal durchfließen lassen konnte und mal für den ersten Durchlauf verdauen konnte, habe ich gemerkt, die Hoffnung ist ja nicht gebrochen, einfach weil diese Teil-Erblindung jetzt gekommen ist, weil man darf es ja dann doch auch in Relation zu dem Wahnsinnserfolg sehen, dass sich tatsächlich Sehnerven regeneriert haben in meinen Augen. Und das war ja das letzte Event, so mit meinen Augen. Ich habe es tatsächlich nach so vielen Jahren Arbeit geschafft, den ersten messbaren Durchbruch zu erreichen. Ich sehe wieder an einem Ort, wo ich nicht mehr gesehen hatte. Und dass jetzt eine weitere Teil-Erblindung in mir sämtliche Hoffnung weggenommen hat, ist ja nur Effekt von meinem Konstrukt, das ich hatte. Gedanklich, dass ich mir vorgestellt hatte, dass das jetzt nie mehr passieren würde. Und dass es jetzt nur noch um Heilung gehen würde. Und der Crash mit meiner Vorstellung hat dazu geführt, dass alles, alle Hoffnung einfach weggefallen ist. Und das, obwohl während diesem Sichtfeldausfall, ich weiss, die Folge ist schon lang, aber vielleicht hast du Lust, dir noch weiter zuzuhören. Und ich werde noch ein bisschen erzählen. Während diesem Sichtfeldausfall, dem letzten, war eine sehr starke Energie präsent da. Das ist übrigens jedes Mal so. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Das allererste Mal habe ich die noch nicht erlebt, weil ich geschlafen hatte und mich nicht erinnern konnte, was nachts passiert ist. Ich war nicht bewusst im Schlaf damals. Als war ich das noch nicht so jede Nacht wie heute. Aber alle anderen Male habe ich es bewusst erlebt, auch wenn es in der Nacht gekommen ist oder wenn es tagsüber gekommen ist. Und jedes Mal habe ich diese Präsenz gespürt, eine Energie, eine lebendige Kraft, die kommt und für mich hat es sich halt so angefühlt, wie in mich eindringt. Ja, anfangs habe ich mich jedes Mal enorm verschlossen dafür, weil ich habe gemerkt, dass es eine destruktive Kraft und die verletzt mich. Und dann war es natürlich brutal, wie ich mit ansehen musste, wie ich mich gegen diese destruktive Kraft nicht wehren kann, wie sie in mich eindringt und wie sie mir das Augenlicht raubt. Du musst dir mal vorstellen, ich habe das live miterlebt, dann in diesen Momenten. Das ist wie, wenn du von Feinden gefangen genommen wirst und miterleben musst, wie sie dich blenden und dir so dein Augenlicht rauben. Also einfach wahnsinnig traumatisch auch. Ich hatte dann die ersten Male, nachdem ich das so bewusst durchlebt hatte, auch tatsächlich Panikattacken danach und alles, weil das so traumatisch war und musste dann das so lange noch wieder verarbeiten. Und ich wusste ja aber aus meinem ganzen emotionalen Verständnis, aus dem Wissen und den Erkenntnissen, die ich hatte und richtig lebe, bin heute über emotionale Prozesse, dass es immer darum geht, loslassen zu können, sich öffnen zu können, die Angst vor der Energie zu verlieren. Und ich habe auch erkannt, dass diese Kraft, die sich da körperlich auf mich auswirkt, die mich dann erblinden lässt, dass das auch eine emotionale Energie ist. Ich kann die Energien sehen, weisst du, innerlich, ich sehe Energien. Ich sehe sie mit offenen Augen, aber noch viel mehr sehe ich, wenn ich innerlich gucke. Dann sehe ich alles ganz detailliert und ich habe immer wieder gesehen, wenn diese Kraft kommt, das ist einfach eine sehr hoch konzentrierte, emotionale Energie. Und dann war mir aus den ganzen Erfahrungen, die ich habe, natürlich auch klar, das ist eine Emotion, die integriert werden möchte. Deshalb fühlt es sich für mich so an, als würde eine fremde, destruktive Kraft von außen auf mich treffen und mich verletzen, weil ich noch nicht so weit war, mich dieser Energie öffnen zu können, um zu erkennen, dass ich das bin. Das ist immer der Prozess, der dahinter stattfindet, energetisch bei diesen Integrationsprozessen. Es geht immer darum, die Angst zu verlieren vor der Energie, die da ist, ruhig werden zu können, sich öffnen zu können. Wenn man dann an dem Punkt ist, wo man als ganzes System oder ganzes Wesen einfach so offen ist, dass man die Energie annehmen kann, dann passiert die Integration und die Verbindung und man merkt, ach, das bin ja ich. Und das war schon immer ich und ich habe mich immer so sehr gefürcht vor dieser Energie. Jetzt hatte ich also diese Grundlage, für den ganzen Prozess, aber das hat sich natürlich dann über Jahre wieder hingezogen, weil solche Prozesse gehen nicht mal so schnell schnell. Selbst wenn man ganz genau weiss, wie sie funktionieren, ist es doch ein enorm langer Weg, diese Prozesse zu gehen. Und halt über Jahre habe ich jedes Mal, wenn diese Energie wieder gekommen ist, halt ein bisschen besser entspannt sein können. bis ich schließlich an dem Punkt war, als vor rund einem Jahr die erste Heilung passiert ist, war es dieselbe Energie, du wirst staunen, aber es war dieselbe Energie, die mich geheilt hat, wie die Energie, die mich erblinden ließ. Der Unterschied war, dass ich komplett loslassen konnte. Ich habe die Geborgenheit, die Sicherheit, die Ruhe, die Annahme in mir gefunden, in diesem Augenblick, damals nachts, und dann hat die Energie nicht mehr mit dieser laserartigen Verletzlichkeit in mir was verbrannt, sondern sie hat sich als Lichtausdehnung in mir ausgebreitet und hat geheilt. So, und deshalb bin ich davon ausgegangen. Jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Danach gab es tatsächlich zwei weitere Situationen, wo die Energie wiederkam und ich konnte so weit loslassen, dass sie mich zumindest nicht verletzt hat. Ich konnte nicht so weit loslassen, dass sie mich geheilt hat, aber sie hat mich auch nicht verletzt. Und deshalb ging ich davon aus, okay, ab jetzt habe ich es, ab jetzt packe ich es. Jetzt kam aber beim letzten Kontakt mit dieser Energie dann so eine heftige Welle, dass ich es nicht geschafft habe, mich weit genug loszulassen, dass gar nichts passiert. Zwischendurch war der Sichtfeldverlust so groß, ich wäre jetzt wirklich erblindet. verblindet, ja, das war brutal und ich war in dieser Situation, dann habe ich mich einfach unter die Dusche gesetzt, weil ich mich da sehr gut entspannen kann, habe so ein bisschen vor mich her gesungen und geklungen und so, habe mich verbunden mit meinen Spirits, die mich begleiten, habe mich selbst halt innerlich gesucht und gefunden, bin ruhig geworden und habe dann von der Kraft selbst, die mich ja in diesem Moment eigentlich schon fast erblindet hätte, die Botschaft erhalten, vertrau, alles ist gut, erinnere dich daran, wie alles angefangen hat und dann hat sie mir nochmal den genauen Ablauf innerlich halt gezeigt, als ich mir damals das gewünscht hatte, ist sie gekommen und dass ich vertrauen darf und dann konnte ich ein grosses, grosses Stück loslassen, so dass schlussendlich, was jetzt da beim letzten Mal passiert ist, ist nur ein mini, mini kleines Stückchen, Verlust, Sehkraftverlust, aber wirklich nur was ganz, ganz kleines, aber trotzdem hat mich das dann so dermassen emotional mitgenommen, dass es wieder passiert ist, weil ich so sehr geglaubt hatte, es würde nicht mehr passieren und die ganzen Ängste sind halt nochmal hochgekommen, was wenn das alles nicht stimmt, was wenn ich tatsächlich einfach am Erblinden bin und das ist gar nicht der Weg der Heilung und alles und ich bin nochmal komplett in diesen dunklen Tunnel hinuntergestürzt und jetzt inzwischen bin ich aber auch schon dankbar dafür, obwohl es jüngste Vergangenheit ist, habe ich schon wieder den Punkt erreicht, wo ich merke, wow, fucking shit, was ist das für eine geile Story, ja, das ist ja voll krass und ich beginne erst richtig auch zu begreifen, was da passiert, ich erkenne ja die Energien hinter körperlichen Krankheiten und Degeneration, ich erkenne den Fakt, dass die Energien, die uns krank machen, dieselben Energien sind, die uns heilen und dass das eigentlich Heilenergie ist, die da in uns fließt und der Punkt ist nur noch der, können wir sie zulassen oder nicht und irgendwie ist das alles so verrückt, dass ich auch wie noch gar nicht so viel darüber spreche, ich weiss ja nicht, was das gerade in dir macht, wenn ich das alles erzähle, ob du da irgendwie mitgehen kannst und sagst, wow, so geil, ja klar, man, das kann ich auch fühlen oder ob du irgendwie denkst, oh, Alter, dem ist irgendwie eine Sicherung durchgebrannt, aber es ist jetzt, das ist wirklich so die ganz tiefe Essenz, die ich aus all diesen vielen, vielen Jahren, es sind über zehn Jahre jetzt, ja, mit diesem Augengeschichte und dem Heilwunsch, der dahinter steckt, das ist so die Essenz, die da rauskommt und ich bin jetzt gerade vor kurzem da ganz tief reingefallen in dieses Loch, ich bin aufgeprallt, alle meine Knochen waren gebrochen, ich bin nur noch als Matsche Pfütze eigentlich am Boden von diesem Loch gelegen, bin nochmal durch diesen Prozess halt mit diesen ganz schlimmen Emotionen, völlig desolater Zustand innerlich, habe mich hier nochmal verpuppen lassen, auch in diesem Zustand, das ist es auch, was ich jetzt merke, wie wichtig das war und wie richtig, dass es war, dass jetzt genau das so gekommen ist, dass hier nochmal ein kleines Fleckchen Sichtfeld erstmal nochmal verschwunden ist, um mich nochmal an diesen Punkt zu bringen, wo ich völlig zerschmettert und zermatscht am Boden liege und einfach alle Hoffnung weg ist, einfach um durch dieses dunkelste Tal nochmal ganz durchgehen zu können und dann nochmal die Ruhe in einer neuen Tiefe in mir zu finden. Und damit komme ich jetzt zurück. Wenn du mich schon länger kennst, dann wirst du dich nicht erstaunen, dass ich jetzt aber an diesem Punkt nicht sage, ey, wetten, ich bin in zehn Jahren wieder komplett sehend oder so, ich gehe es nicht so an, schon lange nicht mehr. Ich sage, ja, mal gucken, das alles macht wahnsinnig viel Sinn, vermutlich bin ich hier wirklich auf dem Weg der Heilung und tatsächlich auch dabei, diesen Wunsch zu erfüllen, den ich da vor über zehn Jahren als tiefstem Herzen gestellt hatte. Ich möchte heilen, das war ja nicht nur auf mich und meine Brille und Kontaktlinse bezogen, sondern das ist dieser ganz tiefe Wunsch in mir und ich weiss, ich bin dieser Wunsch schon immer, ich möchte heilen können, emotional, aber auch körperlich. Ich schwinge da drin einfach als Seele, ich möchte heilen können und es macht schon alles Sinn, das ist wohl der Weg, auf dem ich bin. Aber hey, wie es rauskommt, wie die ganze Geschichte weitergeht, wir werden sehen. Und solange du willst, bist du da ja auch mit dabei. Ich glaube nicht, dass ich so schnell hier mit diesem Podcast aufhören möchte. Im Blog habe ich übrigens auch noch gestartet. Auf meiner Seite, da gibt es einen Artikel, jetzt schon mal und ja, ich werde mich weiter teilen und auch weiter, wohl darin wachsen mich immer mehr und mehr, auch mit diesen sehr persönlichen Sachen zu zeigen. Weil ich glaube, es ist die Zeit dazu. Ach komm, was wollen wir da irgendwie noch nicht einfach alles aus uns heraus zeigen. Und so, wir wachsen doch so schön da dran. Und wenn du jetzt noch hier sitzt und immer noch zuhörst, dann hat es dir wohl auch gut getan und du hast es auch genossen, so ein ehrliches Teilen hier zu erleben. Ja, schön. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich freue mich wie immer über Kommentare natürlich von euch. Auch Zuschriften freue ich mich immer per E-Mail. Auch wenn ich nicht immer dann ausführlich zurückschreibe, dürft ihr natürlich gerne schreiben. Bitte keine Heilvorschläge und so. Ich bin nicht an einem Punkt, wo ich das brauche oder möchte. Ich komme gut mit dieser Situation klar und ich fühle mich sehr wohl da drin und aufgehoben und geborgen und ich weiß, wo ich stehe und wie ich diesen Weg gehen möchte. Ich weiß, gute Ratschläge sind immer lieb gemeint, aber ich möchte sie an dieser Stelle bitte nicht. Aber schöner Austausch und ein paar Zeilen auch per E-Mail jetzt zum Beispiel nach so einer Podcast-Folge freuen mich natürlich sehr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wo wir uns hier hören. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir hier zusammen auf diesem total magischen Weg sind. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Bye, bye.